Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zum ersten Video im Jahre 2021. Heute begrüße ich euch herzlich zu einem weiteren Auspack-Video. Und zwar habe ich diese wunderschöne Kamera hier zu Weihnachten bekommen. Das ist meine neue Sumo Q8. Und ich würde mal sagen, ich packe sie jetzt aus. So, hier haben wir also die Batterie. Also hier haben wir noch einen speziellen Adapter, den ich nicht brauche. Dann haben wir hier die Sumo Q8. Also das hier benutzt man, um das vorne auf die Linse drauf zu stecken. Das brauche ich natürlich. Also hier haben wir so ein Stück für die Mikrofone. Also hier haben wir dann den Linsenschutz. Und hier haben wir eine Schnur. Also hier haben wir das USB-Kabel. Also hier haben wir jetzt noch ein wenig Bedienungseinleitung. Inhalt der Verpackung. Also hier haben wir die Information, was im Paket enthalten ist. Also hier haben wir die Information, welche SD-Karten für die Kamera wohl geeignet sind. Dann haben wir also hier die eine Bedienungsanleitung. Entsorgungsinformationen. Also hier haben wir ein paar Informationen über die Mikrofone, die man mit der Kamera benutzen kann. Hier kriegt man diese Anleitung, wie man die Kamera am Fernsehen benutzen kann. Also hier haben wir nochmal eine Anleitung, eine Schnellanleitung oder was das auch immer hier sein soll. Also hier sehen wir auf diesem Papier, welche Vertriebe es gibt für diese Firma. Und als zu guter Letzt nochmal eine Bedienungsanleitung. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt mir was in die Kommentare. Und für alle anderen, die das schon gemacht haben, bedanke ich mich ganz herzlich. Also vielen, 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 vielen Dank dafür, fürs Abonnieren, für das Kommentieren, fürs Liken, fürs Verbreiten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.